Alter, es ist so unübersichtlich in diesem Level gerade. Neun, so Teile. Kommt nichts mehr raus. Da ist noch was. So, blauer Punkt. Da habe ich irgendwas blau glitzert sehen. Okay, keine Ahnung. Das da. Ich habe keine Ahnung, was ich hier... Na, Seidenschnabel? Alles klar bei dir? Was machst du noch? Punkte ausspucken. Oh man, lauter Punkte. Gibt's schon fast jetzt stressig. Ach, Malfoy. Mach dich doch nicht lächerlich. Mach dich doch nicht lächerlich, Junge. Doch, ich will aber. Na dann, mach dich weiterhin lächerlich. So. Hier haben wir alles. Da muss ich auch gleich runter. Da haben wir so einen komischen Bienenstock. Upsa. Da haben wir mal so Dings. Da müssen wir dann später runter. Ach Gott. Äh. Einer hat es wachsen. Also Teile. So. Punkte fallen doch runter. Cool. Äh. Los. Spring da hoch. Warum geht das nicht? Jetzt halt geht doch. Geht doch. Wunderschön. Ah. Eine Taube drin. Die hat uns nicht gehört. Die ist nämlich taub. Haha. So. Sollte man auch an den Dingern hier rumwedeln. Hoho. Wir wedeln an der. Ein von der Palme wedeln. Äh. Ne, gut. Das lassen wir mal wieder. Solche. Witzchen. Sollte ich nicht immer bringen. So was. Einzügliches. Da ist noch ein Punkt. Den ich jetzt nicht gekriegt habe. Egal. Egal. Höh. Aber den. Aber der hat den sogar auch noch. Alter. Wie groß ist es hier? Es hat ja überhaupt kein Ende. Alter, Alter. Das ist echt ein Riesending. Es könnte wirklich ein Level schon sein. Die Landschaft erinnert mich auch gerade ein bisschen an das Sumpfgebiet bei Lego Star Wars. Bei Yoda, wisst ihr? Ist auch die Musik ein bisschen ähnlich. Keine Ahnung, was ich mit den drehenden Palmendingern hier machen soll. Ist mir jetzt auch egal. Na? Taube? Gut. Taube macht nichts. Aber die Blume spuckt uns Punkte aus. Das ist doch schön. Äh. Sag mal. Äh. Scheiß Ding. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ach ja, ist wo Graben? Der Miene kann krummeln beim Graben. Und noch zu näher, das haben wir schon rausbekommen. Boah, das ist doch ein kleines Ekel. Scheißteil. Das ist doch echt ein kleines nerviges Teil. Stirb. Was ist eigentlich? Warum kommt es ständig wieder? Das ist echt extremst nervig. Vor allem, weil ich ständig Punkte währenddessen kaputt mache. Ah! Scheiße. Mach doch das lieber kaputt! Oh, alter Herrine. Na, endlich. Ich weiß gar nicht... Ach, das ist für Seidenschnabel. Dieses Drecksding nervt mich echt an. Ich bin froh, wenn ich gleich hier die Punkte abgehandelt habe, damit ich hier mit dem doofen Vieh mich nicht mehr abgeben muss. Aber ich will alle Punkte eben. Bin ich ja doch ein bisschen eigen immer. Hab ich das schon eigentlich gemacht? Ich glaub schon, weil das eine Ding habe ich ja schon lange gemacht. Ja. Oh, ey! Das nervt mich gerade unglaublich. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich hier habe. was ich hier machen muss. Keine Ahnung. Was macht das hier? Keine Ahnung, ey! Komisch. Was dreht sich mal? Muss ich das vielleicht mit B? Hä? Komisch. Kommt hier noch was raus? Hä? Wieso? Ich verstehe nicht. Was muss ich mit dem Bäumchen da machen? Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung hat sie. So. Was macht das? Das wächst jetzt. Oh, das nervt mich gerade ein bisschen hier. Es ist so viel und so unübersichtlich. Das stresst mich wirklich. Was für Seilenschnabel mache ich dann? Oh, ja. Bleib los hinten, du scheiß Hornisse. Ich habe keinen Bock. Muss ich eh gleich hin, aber... Ich muss jetzt mal die Punkte hier holen. So. Die Hornisse hängt da irgendwie. Oder? Ist die in das Spinnennetz reingeflogen? Oh, nee. Kommt die? Nee. Oder? Egal. Jetzt kommen die tot. Scheiße. Alles muss man erstmal beseitigen, bis man an die Punkte rankommt. So. Punkte! Punkte, Punkte, Punkte. Lauter Punkte, ey. Unglaublich, aber... Wie gesagt, es ist echt doch nicht ganz so viel Motivation. Um die ganzen Punkte so kleinlichst einzusammeln. Wenn man es nicht braucht. Aber ich will ja... Schon allein dafür dann immer... Weil ich will ja alles schaffen. Habe ich da schon rausgequetscht? Nee. Gut, gut, gut. Ja, das machen wir dann. Da muss ich bestimmt irgendwas machen, dass ich hochkomme. Ich habe keine Ahnung, hier. So. Kaputt gehen. Los, los, los. Los, los, los. Alles schön kaputt. Da haben wir noch ein Netz. Da haben wir dann nur noch zwei. Ja, das braucht man, denke ich, echt für Seidenschnabel. Dann können wir das erste Loch schon mal hinbringen. So. Hier hoch. Da oben lag, glaube ich, auch noch eins. So. Einmal... Oh, da haben wir noch ein paar Blumen, die wir... Ich wollte gestern Abend so klein zu machen. So. Aber was ist mit dem kleinen Tannenteil auf sich? Das verstehe ich nicht. Hier in die Mitte. So. Rechtest du schon? Nee. Das ist echt unübersichtlich, ey. Sicht. Ich nuschle voll vor mich hin, ey. Ich glaube, ich bin voll leise. So ein Scheiß. Oh, da kann ein Krummbein wieder was graben. So. Graben wir. Damit wir... Oh mein Gott. Schock. Lustig ist ja, dass der da hoch kann. Dann tun wir mal weiter. Oh, süß ein Frosch. Ah, da haben wir das letzte. So. Oh, die ganzen Punkte. Schlimm. Punkte, Punkte, Punkte. Oh, Mann. Los. Hier kann ich nicht. So. Sag mal hier. Ich glaube, ich muss die Fische hier wieder reinbefördern. Ja, cool. Cool, cool. Bäää. Ich so kann... Das ist Harry eigentlich nicht. Komisch, dass das Harry nicht kann. bin ich schon sehr... Äh, nochmal. So. Und jetzt? Los, verschwinde endlich! Danke. Ich find's sehr merkwürdig, echt. Dass Harry das nicht kann. Komisch. Naja. Er soll es recht sein. Pils. Pils groß werden... Ah! Ah!